sag mir warum du der größte fan von berlin bist schick uns dein clip und zeig uns was du besonders ist aus deiner sicht an dieser stadt und wenn du glück hast dann kannst du hier nach berlin kommen und gewinnen und zwar kannst du dabei sein wenn wir ein event planen wenn wir ein event aufbauen und wenn das ganze so quasi zusammen kommt und natürlich kannst du auch dann am abend dabei sein direkt bei mir auf der bühne und dir das ganze mal von anderen seite anschauen also sei dabei make it a million